Heyo Leute, willkommen zur nächsten Folge Dead Space. Wir befinden uns an der letzten Speicherstation und müssen hier jetzt weiter runter. Und ich hoffe ja, dass wir irgendwann eine Werkbank finden, damit ich die gekauften Energieknoten endlich mal verbauen kann. Auf welcher Seite? Auf der. So ein bisschen Angst habe ich ja vor diesen Dingern, weil hat der Typ nicht gesagt, in einem so ein Ding hat er einen und zu eingesperrt? Oder ist das was anderes? Ich bin mir nicht sicher. Oh, Anzug Level 3, das nehme ich definitiv mit. Dann schmeiße ich das mal da hinten weg. Was schmeißen wir denn mal weg? Ja, hier machen wir mal ein kleines BD-Pack. Anzug Schimmer 3 ist nämlich eigentlich echt nice. Muss ich jetzt nur halt wieder ein bisschen sparen, aber sonst. Gehen wir mal weiter. Da ist er, okay. Man haben sie mich erschreckt. Ich werde hier noch zum Schisser. Wir wurden von einem verdammten Asteroiden getroffen. Hören Sie, ich weiß, dass Kentron mir nicht traut, aber ich weiß wirklich nichts über einen Marker oder sonst was. Das hier sollte eine Reparaturmission sein. Ganz easy. Das Chaos da ist das Asteroiden-Abwehrsystem. Ich kann die Platinen halbwegs reparieren, aber die Hauptenergiezufuhr ist hinüber. Sie müssen die Energie manuell über mindestens drei Verteilerkästen umleiten, um die Primärkanone zu aktivieren. Aktivieren Sie aber zuerst die Atriumaufzüge der Brücken-Security. Darüber erreichen Sie die Verteilerkästen. Ach, übrigens Isaac. Seien Sie vorsichtig. Ich habe da was gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Habe es auch nur kurz gesehen, aber das war riesig. Gewaltig. Das habe ich auch gesehen. Das wollte mich fressen. So, dann, äh, achso, Liste der Toten. Ja, das, ähm, sind ein paar. So, hier ist noch was. Das ist sehr gut, dass wir für die Waffe jetzt immer Muni bekommen. So, die habe ich aber auch gerade voll. Und die muss ich mal nachladen. Ich denke mal, die werde ich aber auch lieber eher upgraden. Ich glaube, die ist sogar fast besser als die andere. Ja, mach mal. So, wir müssen bestimmt wieder raus, ja. Hier kann ich nicht ran, da auch nicht. Ich glaube, sonst haben wir hier auch nichts. Kann ich das jetzt vielleicht mitnehmen? Ja, weil ich jetzt nachgeladen habe. Gut, ich glaube, dann kann ich wieder gehen. Achso, ich dachte, er gerade sagt zurück. Also, ich dachte, ich soll hier so zurück. Ich sag doch, irgendwo hat er doch so ein Ding eingesperrt. Ist die Frage, von wo das Vieh gleich kommt? Oder ist das da noch drin? Nee. Hm, okay. Gehen wir mal hoch. Wow. Ich habe das Gefühl, da kommt gleich irgendwas in die Ecke. Okay. Ich speicher erst mal. Ich muss wieder raus, oder? Ja. Aber hier wird doch vielleicht bestimmt irgendwas kommen. Zumindest auf dem Rückweg. Da hinten war doch vorhin was. Also, in der letzten Folge. Das ist ja nicht mal für mich vorhin. Das ist, äh, für mich auch diesmal nur eins. Du willst mich verarschen, oder? Ihre Waffen schaffen es nicht durch die Panzerung von einem Ding. Schießen Sie mir in den Rücken, Isaac. Du bist ja lustig. Wo ist es? Okay. Wie soll ich bei dem in den Rücken kommen, Mann? Der ist zu schnell. Oh. Warte. Nein. Boah. Okay. Was? Quiddles. 5.000. Oh Gott, ey. Hör auf, mich so zu schocken, Mann. So. Irgendwo lag noch was. Da kann ich auch noch was nehmen. Muni. Da unten ist nichts. Hier kann ich auch was nehmen. Quiddles. Die brauche ich auch. Und ein Audiolog. Kommt, wir sind jetzt an Bord gegangen. Wiederhole, sie ist an Bord. Wir werden angesetzt. Was schon so ist das für Kreaturen? Die, die haben schon fast die gesamte Fektsmannschaft umgebracht. Wir brauchen hier dringend Sicherheitsverstärkung. Bauten müssen nicht. Wir können sie nicht lange zurückhalten. Okay. Und was mir gerade auffällt, ich hätte vielleicht doch so ein Stase-Pack behalten sollen. Weil irgendwie fühlt sich meine Stase nicht automatisch wieder auf. Und ich habe jetzt nur noch einen Stase-Schuss. Und ohne Stase hätte ich den hier eben gar nicht erledigen können. Gut, also wir müssen da lang. Würde mich nicht wundern, wenn hier gleich noch irgendwas kommt. Okay, es leckt. Hä? Was soll ich machen? Atrium-Aufzüge sind jetzt online. Eine Werkbank. Das ist gut. So, vielleicht haben wir ja schon sogar... Achso, äh... Ach nee, das müsste ich ja im Shop machen, das Anzug-Upgrade. Also das andere Ding da. Hier, äh... Muss ich jetzt einfach mal gucken. Ich mach das einfach mal. Und jetzt kann ich nämlich hier Leben dazu machen. Jetzt haben wir mehr Leben. So, und... So, und... Äh... Der Plasma-Cutter, genau. Da würde ich... Ja, auf Schaden will ich irgendwie kommen. Oder was kann ich noch machen? Stase-Modul. Dauer und... Ja, das wäre auch nicht schlecht, ne? Aber... Bei Stase werde ich... In letzter Zeit... Äh, in nächster Zeit noch öfters. Ich mach Stase. Erstmal sind zwei, die mir nichts bringen. Und dann muss ich halt jetzt... Beim nächsten kann ich dann Energie erhöhen oder Dauer. So. Aber Stase werde ich in... Äh... Boah, warum immer in letzter Zeit? In nächster Zeit auf jeden Fall noch mehr brauchen, denke ich mal. Weil von diesen großen... Äh... Wird das auch nicht der letzte gewesen sein. Da bin ich mir... Ziemlich sicher. Ja, nimm das doch. Und das ist Plasma-Energie. Ja, gut. Brauch ich nicht. Achso. Ach, und jetzt muss ich da zum Aufzug. Ja, da kommt doch jetzt bestimmt wieder irgendwo einer. Gut, ich kann auch von der Seite rein. Oh. Das ist Meuterei. Ich bezichtige Sie alle der Meuterei. Kein, sorgen Sie dafür, dass Sie wieder zur Vernunft kommen. Beruhigen Sie sich, Ben. Haltet ihn fest. Nach Artikel 5469 des Marinerechts erkläre ich hiermit Captain Mathiles für dienstuntauglich. Der Marker muss in die Kapelle gebracht werden. Terrence, bitte! Es tut mir leid, Ben. Aber ich kann Sie das nicht tun lassen. Verräter! Ketzer! Haltet seinen Kopf! Mörder! Haltet ihn fest! Haltet ihn fest! Er ist tot! Sie haben ihn umgebracht, Doktor. Nein, es war ein Unfall. Ich musste ihn doch aufhalten. Nehmt ihn, Doktor, fest! Okay. Fahr'n wir mal los. So, das mit Stase macht mir langsam echt Sorgen. Ich brauche auf jeden Fall das dritte Anzug-Upgrade, damit ich Stase-Packs dann doch mitnehmen kann. Damit ich mehr Inventarslots habe. Ja, okay. Wie weit noch? Alter! Okay! Das hat mir jetzt schon so ein bisschen Angst gemacht. Hallo! Warum ist das so dunkel? Hier. Also. Hallo! Das sind halt so komische Geräusche. Hallo? Laserkanone, okay. Ah, so ein Schema würde ich eigentlich schon gerne mitnehmen. Ich kann aber auch nicht alle Medipacks wegwerfen. So ein Luftkindister sollte ich ja eigentlich auch behalten, oder? Auf zu flüstern. Hä? Nein! Warte! Das ist das Schema. Das ist das Schema. So. Das habe ich. Gut, dann speichern wir eben. Oh, wir haben ja noch voll viel Zeit. Ah ja, hör auf zu lecken. Lecken. Offenbar funktioniert ein Teil der Schwerkraftplatten nicht mehr, Isaac. Halte die Augen offen, ob du irgendwelche Verzerrungen siehst, die von unten kommen. Die könnten gefährlich sein. Die könnten gefährlich sein. Das ganze Scheiß-Ding hier ist gefährlich. Oh Gott. Oh, hier ist das D von Dead Space. Nur umgedreht. Glaube ich. Ne, gar nicht. Ist sogar richtig rum. Das Logo von Dead Space einfach. Ne, bleib mal auf. Was ist das? Hat der sich gerade selbst umgebracht? Und wie? Hä? Okay. Alter, halt bloß der Maul. Alter, halt bloß der Maul. Ich glaube, durch die Dinger darf ich nicht durch. Aber wenn ich jetzt vorbeigehe, sterbe ich, ne? Geht die auch irgendwann aus? Das funktioniert nicht. Hm. Wie komme ich da durch? Kann ich hier am Rand vorbei? Halt deinen Maul. Und das hat einfach gut funktioniert. Bäh. Das funktioniert richtig gut. Der fliegt richtig weit. Muss ich ja mal sagen. Lass mich los. Lass mich los. Lass mich los. Lass mich los. Oh. Der fliegt richtig gut. dass dort wenig ja 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 wel Mano, ich will das von hier machen. Warte, da ist Stase. Da ist Stase. Hier sind Sackgasse. Hier passiert doch bestimmt was. Achso, die muss ich gleich wegmachen. Aber dann muss ich mir erstmal Stase. Ah, ist das schön, wieder volle Stase zu haben. Das heißt aber auch, ich werde gleich Stase brauchen. Hallo? Hallo? Ich tue euch nichts. Ich bin ein ganz lieber und netter Mensch. Hallo? Ai, 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 mach doch! Malirus Situation, Malirus! Oh jei, oh jei. Oh jei, oh jei, oh jei, oh jei, oh jei. oi 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 hä der Kerl sieht ja ekelhaft aus ey und Energieknoten gerne Arschloch uah also Medipack nämlich würde ich gerne mitnehmen das tausche ich dann mal gegen ein kleines aus soo und dafür nehme ich ein wo habe ich das hä? da ey da wie soll ich denn da lang? Moment wenn das uah aaaah das ist nicht gut das ist überhaupt nicht gut Energiezufuhr zum AAS hergestellt Schiffssysteme auf Verteilerkasten umgeleitet ich mache Fortschritte mit dem Peilraster eine der Kanonen bereitet mir Kopfzerbrechen so weiter Hä? wo soll ich denn? auch wieder raus was habe ich hier jetzt gemacht? die Energiezufuhr achso auf das AA System ok genau das sollte ich ja wieder reparieren wieder herstellen wird auch gemacht yeahy den ganzen Weg wieder zurück ööö da lang genau ach man oh jetzt habe ich den Weg verbaut oh äh Stase hätte ich aber doch schon wieder gerne gut weil Stase war ja mal komplett leer bei mir immer immer als er vor mir stand habe ich so ich dachte da war grad was habe ich aus Versehen statt auf C zu drücken auf V gedrückt und habe mich immer so gewundert äh warum kommt kein Stase scheiße öh meine Morse ging grad nicht da wartet doch schon was auf mich um die Ecke so Mausweh du gehst gleich wieder nicht so das ist so auch ja ich habe mich und So schnell kriegst du mich nicht mehr Dabei erschrecke ich mich auch nicht mehr so krass Also von daher Die brauche ich nicht Boah, halt doch dein Maul Hör auf zu flüstern Hier oben ist noch was Da oben oder so Hallo Danke Ach ich speichere da mal eben erst Gut und dann sehen wir uns auch erst in der nächsten Folge von Dead Space wieder Ich hoffe euch hat die Folge gefallen Wenn sie euch gefallen hat Bewerten und kommentieren nicht vergessen Und zur nächsten Folge wieder einschalten Tschau Leute